Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil meiner kleinen Einführung in die Netzwerktechnik. In diesem Video geht es um ein sehr einfaches Netzwerk, bei dem mehrere Teilnehmer über ein Switch miteinander verbunden sind. Ich werde hier erklären, inwiefern die IP-Adressen hier nun doch eine Rolle spielen, welche Aufgaben die MAC-Adressen hier haben und auch welche Aufgabe der Netzmaske zukommt. Zunächst setze ich mich hier mit der sogenannten Netzmaske auseinander, die in manchen Fällen auch zur sogenannten Subnetzmaske wird. In diesem Fall handelt es sich aber um eine Standard Konfiguration, deshalb heißt hier die Netzmaske einfach nur Netzmaske. Die Aufgabe der Netzmaske ist es, aus einer IP-Adresse, die sogenannte Netzwerkadresse, herauszufiltern. Das geschieht durch eine sogenannte logische Unverknüpfung. Ich werde das gleich etwas genauer zeigen. Sofern sich nun dabei herausstellt, dass sich das Netzwerk, in das das Datenpaket verschickt werden soll, an der Schnittstelle befindet, an der sich der Teilnehmer selbst befindet, so wird der Teilnehmer in seiner sogenannten ARP-Table nachschauen, welche MAC-Adresse er in dieses Datenpaket einzutragen hat. Anschließend wird er dann das Datenpaket an die Schnittstelle senden. Stellt sich nun bei der Identifizierung der Netzwerkadresse heraus, dass sich dieses Netzwerk nicht an der Schnittstelle des Teilnehmers befindet. So wird der Teilnehmer dort eine MAC-Adresse eintragen, sodass dann das Datenpaket an das sogenannte Standard Gateway geschickt wird. In vielen Fällen ist das ein Router. Ich zeige nun an einem Beispiel, wie die IP-Adresse 192.168.04 mit einer Netzmaske 255.255.255.255.0 verknüpft wird. Wie bereits gesagt, ist nun die Aufgabe der Netzmaske, aus der IP-Adresse die Netzwerkadresse herauszufinden für das Netzwerk, in das dieses Datenpaket verschickt werden soll. Die das erste Byte gilt, Wertigkeit dieser 1 ist 128, dieses Bytes 64, dann kommt 32 und so weiter. Da nur die 128 und die 64 zählen, denn nur die stehen auf 1, entspricht das der Dezimalzahl 192. Entsprechendes gilt für die weiteren Dezimalwerte. Der dezimale Wert für die Maske im ersten Byte ist 255, das heißt, dass im ersten Byte alle Bit auf 1 stehen. Das gilt auch für das zweite Byte, das dritte Byte. Im vierten Byte ist es allerdings so, dass alle Bit auf 0 stehen, da ja hier in der Subnetzmaske eine 0 angegeben wird. Die Verknüpfung der IP-Adresse mit der Maske geschieht nun durch ein sogenanntes logisches UND. Das heißt, die erste 1 der IP-Adresse wird mit der ersten 1 der Maske logisch UND verknüpft. 1 UND 1 ergibt 1. Das bedeutet aber auch, dass an allen Stellen, in denen in der Maske eine 1 steht, tatsächlich der Wert der IP-Adresse herausgefiltert wird. Denn steht in der IP-Adresse eine 1, so wird bei einer 1 in der Maske auch hier eine 1 auftauchen. Steht in der IP-Adresse eine 0, so wird die 0 wieder mit dieser 1 verknüpft und es wird eine 0 daraus. An den Stellen, an denen in der Maske eine 0 steht, wird auf jeden Fall als Ergebnis eine 0 herauskommen. Denn jede beliebige Verknüpfung mit einer 0, wenn sie denn UND verknüpft werden, ergibt eine 0 ergibt eine 0. Auf diese Weise wird durch die Maske festgelegt, welcher Teil der IP-Adresse der Netzwerkadresse entspricht. In diesem Fall kommt dabei heraus, dass der Teilnehmer 192 168 01 sich im Netzwerk 192 168 00 befindet. Denn dieses Bitmuster in eine Dezimalzahl übersetzt ergibt 192 168 00. Ich werde das Ganze jetzt noch an einem Beispiel näher erläutern. Dabei gehe ich davon aus, dass sich die Teilnehmer im gleichen Netzwerk befinden. Es ist dabei kein Routing erforderlich. Ein Routing kann auch hier nicht stattfinden, denn ich gehe davon aus, dass sämtliche Teilnehmer nur über einen Switch verbunden sind und der routet nicht. Die Netzwerkadresse heißt 192 168 00. Die Subnetzmaske ist die 255 255 255 0 und ich gehe davon aus, dass alle Teilnehmer richtig konfiguriert sind. In vielen Fällen, gerade in kleinen Netzwerken, ist es so, dass zumindest die IP-Konfiguration automatisch durch das sogenannte DHCP-Protokoll, Dynamic Host Control-Protokoll bei Inbetriebnahme des Netzwerkes geschieht. Darauf gehe ich in diesem Video, wie gesagt, aber nicht näher ein. Wir sehen hier das kleine Netzwerk mit den Teilnehmern 192 168 01 entsprechend 02 und 03. Alle drei Teilnehmer sind mit der Subnetzmaske 24 konfiguriert. Das entspricht nach CIDR-Norm der oben genannten Netzmaske. Selbstverständlich verfügen alle Teilnehmer über eine MAC-Adresse. Der Switch hingegen hat an seinen Schnittstellen keine MAC-Adresse, sondern erkennt die einzelnen Anschlusspunkte anhand einer sogenannten Portnummer. Wir sehen hier nun das vollständig konfigurierte Netzwerk mit den entsprechenden Informationen, die nötig sind, um die Daten zu übertragen. Der Switch verfügt über eine Source-Address-Table, die automatisch bei der Inbetriebnahme des Netzwerkes erstellt wird. In diese Source-Address-Table sind sämtliche MAC-Adressen der Teilnehmer eingetragen, die an diesen Switch angeschlossen sind. Zugeordnet sind die MAC-Adressen jeweils der Portnummer des Switches. So ist zum Beispiel diese MAC-Adresse dem Port 1 zugeordnet. Informationen über die IP-Adressen der Teilnehmer werden vom Switch nicht verwertet. Da nun aber die Anwendung der einzelnen Rechner mit IP-Adressen arbeiten und auch dem Teilnehmer selbst eine IP-Adresse zugeordnet ist, muss es noch eine weitere Tabelle geben und das ist die sogenannte ARP-Table , die für alle drei Teilnehmer identisch ist. In dieser Tabelle sind die IP-Adressen der Teilnehmer, die an diesen Switch angeschlossen sind, eingetragen und die zugehörigen MAC-Adressen. Diese Tabelle wird mit Hilfe des sogenannten ARP-Protokolls automatisch erstellt bei Inbetriebnahme des Netzwerkes. Soll nun also in diesem vollständig konfigurierten Netzwerk eine Datenübertragung stattfinden, so dass zum Beispiel von diesem Teilnehmer zu diesem Teilnehmer ein Datenpaket geschickt werden soll, so wird in das entsprechende Datenpaket die IP-Adresse 192.168.02 eingetragen. Dieser Teilnehmer schaut in seiner ARP-Table nach der entsprechenden MAC-Adresse, das ist die MAC-Adresse dieses Teilnehmers, wird hier ebenfalls dort eintragen. Nun wird das Datenpaket an den Switch gesendet. Der Switch wird nun wiederum in seiner Source-Address-Table nach der Portnummer schauen, das ist in diesem Fall die 5, und das Datenpaket direkt auf den Port 5 durchschalten, so dass es beim richtigen Teilnehmer ankommt. Sollte die Software auf diesem Teilnehmer ein Zielnetzwerk bestimmen, das nicht in dieser ARP-Table vorhanden ist, so bedeutet das, dass sich das Ziel nicht in diesem kleinen Netzwerk befindet. In diesem Fall wird dann die MAC-Adresse des sogenannten Standard-Gateways eingetragen, in aller Regel ein Router, und das Datenpaket wird zum Router geschickt, so dass es von da aus in das richtige Netzwerk geroutet wird. Ja, ich hoffe, Sie haben auf diese Weise einen vollständigen Datentransport verstanden. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.